Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Test oder ehrlich gesagt zu meinem ersten Let's Test Wir testen heute Fast and Furious 6 Okay, wie es da steht, der ganze Name So, also wie hier schon mal sehr gute Grafik Naja, wir werden sehen Was? Das stand doch im App Store Mein iPod wird unterstützt Ganz klar Also, das ist eine absolute Enttäuschung für mich Also, ganz klar Das stand doch im App Store Mein iPod wird da unterstützt Also die App klickt doch auf dem Gibt es auf jeden Fall schon mal eine spreche Bewertung Absolute Enttäuschung